Hallo zusammen und willkommen. Du hast tausende Diäten probiert und keine brachte dir wirklich Erfolg. Du hungerst schon wochenlang und kein Kilo Bauchfett löst sich dabei. Das kann daran liegen, dass sich dein Stoffwechsel längst gegen jede Art von Veränderung gesperrt hat. Wir haben die Lösung für dich. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Fett verlieren aber richtig bitter. Es gibt Menschen, die fasten und hungern monatelang. Andere stellen ihre Ernährung auf komplizierte Weise um oder verzichten auf bestimmte Lebensmittel. Doch kaum ein Grammgewicht geht dabei verloren. Woran kann das nur liegen? Der Körper bekommt doch viel weniger Nahrung und trotzdem baut er das Fettgewebe nicht ab. Wer sich jahrelang falsch ernährt oder zu viel isst, fördert diverse Störungen des Stoffwechsels. Die Art und Weise, wie der Darm die Nahrung aufnimmt und verwertet, ist ganz anders als bei einem Menschen, der sich gesund ernährt. Die Art der Nahrungsverwertung hält dich am Leben. Sie macht dich aber weder satt noch zufrieden und sorgt für einen schöneren Körper. Tatsächlich wandert viel Nahrung einfach nur durch. Der Körper verwertet nur Teile davon. Im Darm bleiben wertvolle Nährstoffe zurück, selbst Kalorien werden nicht mehr aufgenommen. Das klingt einerseits toll, andererseits hat dein Körper in diesem Zustand schon dicht gemacht. Salopp könnte man sagen, außer der Notversorgung kommt nichts mehr hinein, aber eben auch nichts mehr hinaus. Fängst du dann eine Diät an, musst du sehr lange sehr wenig essen, bis dein verschlossenes System aufmacht und dann Fett abbaut. Durch die Hungerkur kann sich der Körper erst recht noch verschleißen. Denke daran, dein Körper hat sich insgeheim auf Not- und Unterversorgung mit echten Vitaminen, Nährstoffen und Vitalstoffen eingestellt. Die Schranke kannst du aber nun mit einem ganz einfachen Rezept durchbrechen. Es wird nämlich Zeit, deinen Stoffwechsel zu neuem Leben zu erwecken und andere Zeiten einzudeuten. Dazu braucht dein Körper gar nicht so viel, wie du denkst. Nur ein paar ganz einfache Zutaten in der passenden Zusammensetzung. Wir verraten dir nun ein wirklich sehr einfaches Rezept, mit dem du deinen Organismus wieder in Schwung bringst. Du benötigst 1 Glas Limonsaft, 1 Esslöffel getrockneten Ingwer, 1 Esslöffel Honig und 2 Esslöffel Apfelessig. Die Zubereitung ist auch hier wieder denkbar einfach. Den Limonsaft presst du am besten frisch. Nur wenn du wirklich sehr wenig Zeit hast, kannst du auch auf fertigen gekauften Limonen- oder Zitronensaft, pur und ohne Zuckerzusatz natürlich zurückgreifen. Mische nun alle Zutaten nacheinander in den Limonsaft. Rühre gut um und schon ist diese einfache Hilfe zum Abnehmen fertig. Du solltest natürlich dieses Rezept regelmäßig trinken für dauerhafte Erfolge. Um nämlich wirklich Erfolge zu erzielen, musst du dieses Rezept täglich anwenden. Bereite den Saft gleich am Morgen zu. Nach 10 Tagen wirst du Erfolge sehen. Mit der Zeit verändert sich dein Appetit und dein Essverhalten. Dein Hunger auf Süßes und Fett lässt nach. Stattdessen möchte dein Körper gesundes Essen haben. Dazu musst du dich aber nicht wie bisher zwingen, sondern das passiert von ganz alleine. R erwacht zu neuem Leben und fragt nach Vitaminen und Mineralstoffen. Wundere dich also nicht, wenn du plötzlich Lust auf ein ganz neues Lebensmittel hast. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.